Herzlich Willkommen, mein Name ist David Pfändler, ich bin von B&W Group Schweiz. Neben mir sehen Sie eines unserer neuesten Produkte und zwar die 800er Serie Signature. Signature ist ein Begriff, mit welchem wir sehr vorsichtig umgehen. Diesen Begriff verwenden wir eigentlich nur für unsere besten Lautsprecher. Angefangen hat diese Verwendung dieses Begriffs mit der Silver Signature, welche wir zum 25-jährigen Jubiläum unserer Firma gemacht haben und zugleich auch in Ehren von John Bowers. Die Signature-Serie sind jeweils nicht nur neue Ausführungen, sondern sie werden auch technisch optimiert. Beispielsweise wurde die Frequenzweiche verbessert, es wurde aber auch im Bereich des Hochtöners Verbesserungen gemacht, beispielsweise beim Gitter. Weiterhin wurde natürlich auch das Gehäuse verbessert, es wurde die Resonanzfrequenz verändert, aber auch im Bassbereich wurden die Tiefton-Chassis nochmal verbessert. Das Resultat ist unser bester Lautsprecher aus der 800er Serie, den wir je gefertigt haben. Die 800 D4 Signature Serie besteht aus zwei Modellen, das wäre einerseits der Standlautsprecher die 801 D4 Signature, sowie der Regallautsprecher die 805 D4 Signature. Bei den Finishes gibt es zwei verschiedene Finishes. Da wäre einmal das Echtholz-Finish California Burl Gloss, sowie das aus unserer Nautilus Serie bekannte Finishes Midnight Blue Metallic. So, genug mit der Theorie. Ganz nach unserem Firmenslogan Listen and you will see, lade ich Sie nun herzlich ein, Ihren 800er Signature Fachhändler zu besuchen, um sich selbst von der grossartigen Klangqualität zu überzeugen. Ebetulant Bischof Amon Amon Tro Amon Sean